mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Wir hatten jetzt schon zwei Folgen darüber gehört, wie man sein Golf-Home-Training quasi über den Winter aufrechterhalten kann, wie man insgesamt was für sich und seinen Körper bzw. auch sein Golfspiel machen kann. Und da hatten wir neben den Planks auch den Rotatix schon gehört, die beiden letzten Folgen. Und mit der dritten Folge dieser kleinen Reihe möchte ich ein weiteres Trainingsgerät von Daniel vorstellen bzw. nochmal darauf eingehen, was es auch mir gebracht hat. Und das ist der Goswo. Das ist die Abkürzung für Golf Swing Optimizer. Der Goswo ist das einzigste Trainingsgerät meines Wissens auf dem Weltmarkt, was die Schwungebene richtig darstellt. Also der Goswo, wer den Goswo noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal auf goswo.de gehen und sich den Goswo anschauen. Ich werde auch nochmal ein kleines YouTube-Video verlinken, wo ich den Goswo nochmal genauer vorstelle und einfach auch zeige, wie man ihn richtig anwendet bzw. wie man damit auch dementsprechend trainiert. Und für alle, die jetzt nicht rumklicken können, sondern im Fitnessstudio sind oder auf der Autobahn unterwegs oder wie auch immer, also der Goswo ist eine Konstruktion, mit der du hinter dich aufstellst und dann im Rückschwung einfach eine Ebene hast, mit einem gewissen Winkel, wie dein Schläger eben idealerweise im Rückschwung nach oben geht, in welcher Ebene er sich wirklich befindet und dann logischerweise auch dann wiederum, wenn du den Rückschwung einleitest am obersten Punkt deines Rückschwungs, den Durchschwung einleitest und wieder zurückführen kannst. Und das hilft vor allem den Spielern, zu denen ich mich auch zähle, zu den eher rechten Fairway- und Rough-Rand-Kennenden Slicern oder Fadern. Und einfach da entgegenzuwirken, gibt es neben dem Goswo Inside auch den Goswo Outside, das ist genau das Gegenstück zum Goswo, zu dem Großen, was ich gerade gesagt habe, der einfach dann eine kleinere Möglichkeit oder Margin for Error einfach lässt, also einfach da nochmal hilft, das Spiel zu unterstützen. Das hört jetzt alles ein bisschen kompliziert an und man kann sich das wahrscheinlich gar nicht so bildlich vorstellen, wie ich das in meinem Kopf mir zusammenreime, was ich da erzähle, aber deswegen kann ich dir tatsächlich nur empfehlen, schau dir, Goswo.de oder einfach auch das Video, was ich dir verlinke von YouTube, wo ich den Goswo nochmal erkläre und genauer vorstelle, einfach an, dann weißt du auch genau, um was es da geht, wenn ich davon spreche, was Goswo Inside und Goswo Outside bedeutet. Auf jeden Fall habe ich den Goswo nun seit längerer Zeit im Einsatz und kann es tatsächlich sagen, rechts war so meine Seite auf dem Golfplatz, aber auch nur da und da habe ich mich immer häufiger aufgehalten, manchmal auch, ja, auf der parallel verlaufenden Spielbahn aufs Fairway gespielt, aber Fairway ist Fairway, wie ihr wisst, aber trotzdem, der Goswo hilft auf jeden Fall dort die richtige Schwungebene im Rückschwung, genauso wie auch dann in der Einleitung des Durchschwungs, einfach wie man gerade an den Ball kommt oder gerade der auf jeden Fall an den Ball kommt und wenn man da auch nur ein bisschen Zeit investiert, ist so ähnlich wie mit dem Rotatix, da reichen vom Prinzip fünf Minuten pro Tag, es gibt mit Sicherheit Tage, da kommt man nicht dazu, es gibt auch Tage, da ist man vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde dran, aber dass man einfach so im Schnitt fünf Minuten pro Tag damit verbringt, einfach mit dem Goswo die richtige, die richtige Schwungebene oder auch Schlägerebene zu finden, zu halten und wenn man eben daneben haut oder die Ebene eben nicht in der Art und Weise hat, wie sie sein sollte, dann wird man das recht schnell mit einem physischen Feedback zu spüren und zu hören bekommen, denn wenn du den Durchschwung einleitest aus dem höchsten Punkt vom Rückschwung und du haust eben nicht in die Lücke, sondern du haust dann tatsächlich auf den Goswo Outside mit Sicherheit, dann wirst du das spüren, merken, hören und wenn du dich dann nach hinten drehst, sehen, wo dein Schläger eben gelandet ist, denn wenn du eben die Bahn verlässt, da ist eben kein großer Spielraum, wenn du dir keinen Spielraum lässt, wo der Schlägerkopf einfach durchkommt, wenn da wenig Platz ist, deswegen haust du eben in den Goswo und das spürst du, das hörst du und somit merkt sich eben auch dein Gedächtnis das ganze Thema und du wirst einfach mit der Zeit immer besser, immer kleinere Lücken zwischen dem Goswo Inside und Goswo Outside ausnutzen können, um gerade an den Ball zu kommen und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptpunkte, wo wir Golfer daran arbeiten müssen, gerade an den Ball zu kommen. Logischerweise der schwierigste Schlag im Golf ist der gerade Golfballschlag oder der gerade Golfschlag. Jeder von uns hat irgendwie eine Tendenz, wie man an den Ball kommt, von innen zu außen, von außen nach innen oder eben dann doch neutraler und um einfach da eine gewisse Konsistenz reinzubringen und deinen eigenen Schwung zu trainieren, gibt es den Goswo und der Goswo ist definitiv das perfekte Trainingsgerät, nicht nur im Winter, nicht nur, wenn das Wetter nicht so mitspielt, sondern logischerweise auch im Sommer und da habe ich es tatsächlich bei mir eben gemerkt, dass ich besser an den Ball komme, je mehr ich eben auch mit dem Goswo trainiere und das ist eben das Faszinierende, denn wie schon am Anfang erwähnt, ich bin da eher auf der rechten Spielbahnhälfte oder auch auf der rechten Seite des Fairways zu Hause wie auf der linken Seite. Es gibt immer wieder Tage, da haut er auch mal links weg, das ist ganz klar, aber wenn es normal läuft, ja, ist meine Ballflugtendenz eher nach rechts orientiert und um da einfach dagegen zu wirken, gibt es den Goswo, man kann es trainieren, dass man eben sauber und recht neutral an den Ball kommt und das ist eben auch das, wo ich so vielen Golfern schon gesagt habe, guckt es euch wirklich an, ich will dir ja hier jetzt nichts empfehlen, was ich irgendwie einfach nur empfehle, um es empfohlen zu haben, sondern das sind wirklich Produkte, die meiner Meinung nach Hand und Fuß haben und wenn ich mir anschaue oder auch mit dem Daniel darüber spreche, wer eben die Produkte selbst auch nutzt oder auch selbst irgendwie, ja, abgesegnet hat, da reden wir weniger von den deutschen Golf-Pros, eher von den amerikanischen Top 25 Golf-Trainern ever und wenn die schon sagen, hey, das ist eines der wenigen Tools, die wirklich was bringen, dann muss man einfach da auch ein bisschen Gewicht reinlegen, aber das habe ich eben schon, beziehungsweise nach meiner Meinungsfindung zu dem Goswo überhaupt erst erfahren, dass da so viele große Namen überhaupt dabei sind, die das genauso genial finden wie ich, aber trotzdem ist es eben für uns Hobby-Golfer, genauso wie auch für Golfer, die da ein bisschen erfahrener sind, auf jeden Fall ein ideales Gerät, um einfach tatsächlich im echten Schwung zu bleiben, über den Winter den eigenen Schwung einfach aufrecht zu erhalten, ihn logischerweise auch auf Dauer zu verbessern, denn wer intensiv mit dem Goswo, mit dem Rotatix eben auch trainiert und eben seine Planks macht, der wird auch über die Wintermonate definitiv sein Spiel verbessern beziehungsweise das Spiel in der nächsten Saison einfach auch, ja, besser aufgreifen können, denn wenn du jetzt wirklich eine Pause einlegst von ein, zwei, drei Monaten, je nachdem, wo du wohnst und wie das Wetter bei dir ist, dann wirst du spüren, dass du kommendes Jahr, wenn du wieder neu startest, einfach von vorne anfängst, wieder deinen Schwung finden musst, wahrscheinlich fünf Stunden beim Pro nimmst und bis du dann tatsächlich wieder deinen Schwung gefunden hast, stehen die Clubmeisterschaften vor der Tür und bumm, ist die Saison schon wieder vorbei. Daher nutze den Winter, nutze einfach die Gegebenheiten, die du zu Hause hast, du kannst problemlos mit dem Goswo, wenn du ein bisschen Platz im Wohnzimmer hast, im Wohnzimmer trainieren. Ich persönlich habe meinen Goswo auf dem Dachboden stehen, da kann ich auf jeden Fall drei Viertelschwünge problemlos üben und mit einem Wedge auf jeden Fall auch dann dementsprechende, ja, volle Schwünge, wenn ich ein bisschen auf die Halogenleuchte an der Decke aufpasse, geht das auch noch irgendwie, jetzt irgendwie mit dem Driver da oben rum zu hantieren, da habe ich tatsächlich auch den Platz nicht, aber trotzdem gibt es da auch noch die Option, den Goswo einzustellen, dass du eben zwischen den Pitching Wedge schlägen und dem Driver unterscheidest, dass du da einfach auch andere Winkel hast, denn wie wir alle wissen, mit einem Eisen schlägt man ein bisschen anders wie mit dem Driver oder mit den Hölzern allgemein, das ist auf jeden Fall meine Auffassung und da haben wir auf jeden Fall die Chance eben auch den Goswo dementsprechend auszurichten, dass die Schwungebene für Eisen genauso wie auch für Hölzer ausgerichtet ist, perfekt ausgerichtet ist und du dann auch das Feedback bekommst, was du brauchst, denn der Mensch lernt durch ein Feedback. Das kann man tatsächlich so einfach beschreiben, wie es ist, wenn ein kleines Kind auf die heiße Herdplatte langt, hat das Kind gelernt, die Herdplatte ist heiß, da fasse ich nicht mehr drauf, wenn die rot ist und das ist abgespeichert. Und genauso ist es eben auch mit dem Feedback, was du durch den Goswo bekommst, wenn du von zu weit außen nach innen mit deinem Schwung bist, dann wirst du das bei dem Goswo spüren, du wirst es hören, du wirst es tatsächlich fühlen, denn dein Schläger geht dann nicht weiter, der bleibt dann vielleicht sogar stecken, wenn du zu feste schlägst. Und das ist eben genau dieses Feedback, was wir Menschen brauchen, um effektiv eine positive Veränderung in unserem Verhalten, nenne ich es jetzt mal, in dem Fall unserem Schwungverhalten, vorzunehmen, um sauberer an den Ball zu kommen. Und das ist eine der Dinge, die ich auf jeden Fall sehr genial finde. Wenn man besser Golf spielen will, einfach einen besseren Ballkontakt generieren will, dann muss man eben auch besser schwingen können. Und da hilft auf jeden Fall der Goswo, um einfach besser an den Ball drankommen zu können. Deswegen schau es dir auf jeden Fall mal an, mehrfach schon erwähnt, goswo.de. Schau dir gerne das YouTube-Video an, schau dir auch gerne, hör dir gerne die Podcast-Folge mit Daniel über den Goswo an, damit er nochmal genauer beschreiben, wie der Goswo aussieht. Und Daniel hat auch in der letzten Folge schon uns den Vorteil versprochen und auch durchgezogen, dass er uns einen 10% Rabattcode gegeben hat. Der gilt genauso für den Rotatix in der letzten Folge vorgestellt, wie auch für den Goswo, den Golfswing Optimizer. Und der Code lautet MGB10 und das Prozentzeichen, also MGB10%. MGB steht für MyGolfBlog, MGB10%. Einfach eingeben beim Checkout und du sparst auch nochmal 10%. Und da muss ich wirklich sagen, danke Daniel, dass du uns Golfern die Chance gibst, eben auch da nochmal ein bisschen preisbewusster trainieren zu können. Ich hoffe wirklich, diese kleine Winter-Trainingsserie hilft dir eben auch dabei, zu Hause deinen Schwung zu verbessern, dein Spiel aufrecht zu erhalten, damit du einfach sauber und sicher in die nächste Saison starten kannst. Sei auf jeden Fall gespannt, es ist nicht die letzte Folge dieser kleinen Serie, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal verdammt viel Spaß dabei, dein Spiel in den kommenden Monaten zu verbessern und bis demnächst. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. der Golf-Standard